Hallo Freunde, Willkommen zu Minecraft Challenge Mode. Diesmal spielen wir Galaxy Wars auf dem High-Pixel-Server, vorgeschlagen von Neverleak Teaser. Ähm, ist... Ach ja, hallo. Hallo, hallo, hack me, hi. Du bist ja auch da. Ja. Ist noch ein relativ neues Spiel, so wie ich das gesehen habe. Ich würde sagen, es erklärt sich von alles alleine, das Spiel. Es sieht sehr nach Star Wars aus. Würde ich sagen, ne? Ich weiß nicht, wie man da drauf kommt. Es gibt drei verschiedene Kids derzeit. Ich bin gerade der Mörderer oder Morderer. Ich bin gestorben. Das läuft bei dir. Ich bin gestärbt. Und ich bin auch tot. Und jetzt möchte ich ganz gerne den Bounty Hunter haben. Ich finde den cool, mit der Shotkrank. Ja, das Spielprinzip ist eigentlich so WoW-like mit den Loren, ne? Ja, ja. Also für die, die es nicht kennen. Man muss halt hier den R2-D2... Also wir müssen die aufhalten, weil ich bin jetzt im roten Team. Sprich, die Defender und die Attacker sind die Jedi Knights, Jedi Knitter. Jedi Knitter. Und Knitter. Ähm, ja. Ne? Ist halt so. Müssen wir aufhalten. Der kann sein Ninja-Schwert schmeißen. Der guck. Wer kann sein Ninja-Schwert schmeißen? Der irgendwas. Da flog ein Schwert, hat Bumerang gemacht. LOL. Ich will das auch können. Der Wookie. Rrrrrrr. Rrrrr. Oder wie geht das? Hier, frisst Granate. Das sieht nicht sehr gut aus für uns. Wir schaffen das. Wow, hab ich ein Double Kill gemacht? Ne, du hast ein Double Kill gemacht. Läuft bei dir. Läuft. ich will ich will ich will immer auf er nachladen aber das funktioniert ja gar nicht ich möchte ganz gerne mal nachladen ja das alles nachladen so nachladen die ist ein tod ich habe die granate falsch geworfen ohne weg lol wieso geht er nicht weiter auf mich was los mit dem hat er gesehen hat die shotgun habe er aufkommen er muss treffe ich treffe dich nicht ich treffe den eierkopf nicht okay jetzt zeige ich schon mal den den trooper ein trooper hat diese drohnen die da wieder und ansonsten eine bazooka hat danach und eine rifle würde ich sagen ist jetzt mal also ich finde mit dem ich bin durch die decke geflogen jetzt bin ich wieder um ich finde mit am langweiligsten muss ich sagen den trooper und eine flash grenade hatte eine flash bang und die macht bang 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 die bang ja ja sich auch so flashbang attacke und jetzt aber so kommt einfach nach ein ballermatte pass auf treffe ich den da oben ist auch einer das ist so modus da kann man echt viel erzählen frisst die drohne du rang war okay ich möchte würde zurück zum mörderer gehen weil der hat mir gefällt mir neben den booti hunter am besten muss ich sagen ist nicht so nicht so trickelnd und irgendwie so eine lustige action kann man ja auch nicht wirklich machen da fand ich halten sieg finde ich immer noch mit am prickelsten von den spielen die wir bisher gespielt haben muss ich sagen wenn ich das mal so andeuten darf irgendwann stimmt doch nicht mit diesen endlos hau ich hab keine ahnung es passiert nichts ich weiß es scheiße tot ich hab soll wovon ich will auch ein fernkämpfer sein ich will nach mir scheiße ich muss ja muss ja wo geht sie runter die aus meinem kopf man im kopf nicht du so ist manchmal dash attack und räumen jetzt erst mal auf und ich bin tot also reinlaufen ist nicht so ich will den bounty hunter haben er hat eine granate der spiel jetzt auch was anderes ich will den bau und ich weiß verstehe ich was die elektro blaster sein soll aber okay hier frisst granate ach du scheiße wir sind ja schon gleich bei uns drin stopp hier geht es nicht weiter vor dem vor dem r2 position ja habe ich ja gemacht ich bin dabei ich habe ihn gestoppt auch komm jetzt stirbt doch mal jedoch ich habe noch eine granate und ich habe keine angst die einzusetzen hat sogar was getroffen waiting 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 kann da eine andere stehen bleiben danke ja hatte ich mal schneller aufwaffe haben die eine sniper auf der anderen seite eigentlich hätte ich auch ganz gerne noch die attacker gezeigt aber so wie es aussieht ist die ronne sehr lang oh ja wenn wir das jetzt nicht schaffen die fünf minuten hier auszuhalten aber sie ganz gut aus gerade meinst du was bist du feiner hier und frisst granate nein mr narwo hier ist nachladen ist so so nervig so wir haben gespannt ob er noch ein paar mehr kids kommen nach einer zeit weil es ist ja wie gesagt noch relativ new so schicht june nicht frisst granate du komischer typ und jetzt geht es wo erzboer aufgehalten die bahn die bahn schieb an war eine drohne ich weiß nicht wohin ich habe angst ich weiß nicht wohin wohin da sind sie durchgegangen durchgekommen sieben minuten was zum kuckuck wenn er stört ja weil wir direkt direkt am anfang gestoppt haben frisst granate nein oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott kann man sich nie ha 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 ich treffe denn nicht jetzt ist granate ich will mal escape drücken zum wechseln deswegen hast du stehen den mauer dem marauder besser lieber tun weil er hat eine nahkampfwaffe hätte das gedacht ne ja 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 auch wir sind schon wieder auf dem schiff ja gut also hier haben wir in deiner runde gewonnen gucken ob es hier stimmt diesmal hier auch so passieren wird die viecher ich benutze oh gott ich bin aber auch gleich tot ich habe nur noch ein ein herz habt ihr das gesehen das war jetzt gerade sehr merkwürdig weiß ich voran ich gestorben bin nehmen wir noch mal den truppe wechseln wir uns ein bisschen ab hier mit den kids ne ich will ja was zeigen will ich ja mal auch wenn ich dieses prinzip nicht so ganz mag inzwischen mehr mit optifine habe ich auch noch einen zoom drin ich hau jetzt auch einfach mal meine rakete irgendwo hin nein doch ich bin tot achso flashbang und eine drohne wie viel hast du elf ich hab 15 hast du lol ich konnte nicht schießen warum konnte ich nicht schießen verstehe ich nicht vielleicht ja ich hatte mit der waffe aber noch gar nicht geschossen das ist sehr contested wie er 2d2 sagt ah wenn diese dunkelheit kommt dann haben die sich geblendet da kannst du gar nichts machen ja das ist mir schon aufgefallen ich hab gedacht du wüsstest das ja wie die unserem spawn campen friss granate alter ich treffe den bauern dem boni boy nicht ich will nachgeladet haben oh oh guck so friss das was auch immer das macht jetzt friss granate oh ich hab sogar weg gekauft mit der granate du died ich bin auch tot ich weiß nicht warum ach ich hatte so'n so'n jedi fuzzi hinter mir also ich würde sagen wir verlieren aber richtig sterbe danach kommt noch point d point d wo spielt das denn dann ab wenn wir jetzt schon in den hangar sind im der macht euch bereit komischen man merkt richtig dass viele hier nicht den rechner für haben ja das stimmt weil hier lecken extrem viele oh man oh man oh man immer diese immer diese wookies rrrr rrrr ich kann das nicht mehr nachmachen hört sich bei mir an wie ne taube die brütet hauptsache diese pistole durch viel schaden macht ihr eigentlich macht doch gar keinen schaden oder Der hat sein Lichtschwert geworfen, Alter Alter, der Neid ist ja mal voll OP LOL Tod Genau, der aus dem irgendwas hat noch nicht mal geschossen, aber tötet mich. Klar. Läuft bei dem. Äh, ich bin von Easy da Betsy tot gemacht worden. Easy da Betsy? Ja. Der ist aber dummer Name. Der ist aber dummer Name. Der ist aber dummer Name. Okay, okay, okay. Sehe ich auch so. Haben wir gewonnen? Nein, wir haben verloren. Wir sind von Pointy, da waren wir auch noch nie, ne? Noch nicht, nein. Stirb, hallo, der hat noch 5 HP. Geht doch. Jetzt will ich meinen Dash ganz gerne haben zum Abhauen. Ah, 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 ah. Tch, 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 tch. Da wollt ihr mich jemanden? Oh, da, da. Ich weiß, wo gehst du hin? Ach, nach da. Ich sag Gott, das geht jetzt raus. Oh, oh. Oh, oh. Speed. Ah, ah. Boah, ist das. Lol. Sieht aber, sieht aber schicke aus, wo sieht aber schicke aus, muss ich schon sagen, ey. Oh, die Macaroni. Ey, der, der Tier, dieser Jedi, der willst immer wissen, ey. Ha, tot. Ich will auch meinen Laser. Lol, ich hab die respektiert, glaub ich. Hä? Lol. Ich wollt was ausprobieren, du Spacko. Oh, jetzt sind wir am Todesstern, oder? Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Wo? Da hinten ist auf jeden Fall der Thron. Und da steht einer, ein blauer. Tötet ihn mal bitte. Lol. Wo, wer, wo bin ich? Ach, hier bin ich. Lol. Kann ich hier runterfallen? Und dann bin ich tot. Ich bin tot. Ich versteh das nicht. Oh, oh, ich bin runtergefallen. Bin ich jetzt auch tot? Lol. Hahaha. Ah, dieser Modus, der macht mich fertig. Holy Macaroni. Vor allem dauert der extremly long. Oh, yeah. Aber ich würde sagen, wir haben sowas von verloren. Hauptsache, jetzt starte ich wenigstens mal unten. Ich glaube kaum, dass das noch zu retten ist. 4%. Game over. The attackers win. Hahaha. Hahaha. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, das war's dann. Ähm, wenn ihr Spielevorschläge habt, dann schreibt sie bitte in die Kommentaren. Ansonsten schaut mal bei Hackme vorbei, da haben wir die erste Runde gespielt. Und, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Mal wieder. Also, haut rein. Tschuuu.